Hey Leute, was geht ab hier gerade? Ich bin hier gerade in meinem Auto, bzw. in dem Auto meiner Mutter, das scheiße ist. Aber wir sind hier gerade live an einer Unfallstelle, wo hier so irgendeine 18-jährige Frau in irgend so ein Auto geknallt ist. Ja, schöne Sache. An der Ecke beim Reimer Discamp habe ich gleich, ich muss gleich aufhören, sonst erwischen mich noch die Cops, wie ich das hier mache. Und ich weiß nicht, ob das gelaufen ist, weil da drüben stehen die Cops. Ja. Irgendwie kack ohne Oma. Lol. Meine Mutter holt gerade hier einen Regenschirm, weil die da zu draußen stehen lassen, bei so einer Unfallfrau. Hey, Logik. Ja, und da kam gerade Scheiß-Biddy vorbei. Ja, scheiße. Hey, das ist mein Bauer-T-Shirt. Und ich muss Schluss machen.